Wozu brauche ich einen Kleingarten, werden Sie sich fragen. Mit einem Kleingarten halten Sie sich fit. Sie bauen das an, was Ihnen schmeckt. Sie haben Einfluss auf das Ernten von gesundem Gemüse und Obst. Denn kaufen Sie es im Supermarkt, wissen Sie nicht, welche Schadstoffe es enthält. In einem Kleingarten betätigen Sie sich aktiv, sind in Bewegung, bleiben fit und können zudem soziale Kontakte pflegen. Natürlich ist ein Kleingarten auch zur Erholung da. Und damit es so bleibt und Sie weiterhin kostengünstig Ihre Parzelle bewirtschaften können, führen wir jedes Jahr Gartenbegehungen durch. Dieses Jahr im Monat Juni. Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit Ihnen. Deine Hohen Untertitelung des ZDF, 2020